Willkommen zurück zu MinishCab Wir sind jetzt immer noch im Teloria-Wald Wir machen grad... Ich mach grad Side-Quests Also, beziehungsweise Glickfragmente wieder vereinen Und... Naja, ich war... Mir ist sicher, hier war auch noch irgendwas Okay, das ist noch nicht offen Hier war ne Kiste, die weiß es noch nicht Naja, wenn ich mal zufällig drüber stolper, dann nehm ich das mit Nehm ich das mit Du bist tot Ah, vielleicht, wenn man hier oben reingeht Ach, wieder über den Hylia-See rein Ne, hier ging's bloß zur Hexe Vielleicht war das auch am Hylia-See Nein... Das war's nicht Ne, hier kommt man auch nicht weiter Äh, dann weiß ich's nicht Da muss ich mal gucken, wie ich jetzt weiterkomme, um das letzte Element zu finden, nicht? Das war's nicht Ja... Da fennst du schon wieder Schuhe für Zelda? Oh... Slum-Schuhladen Achso, nee, da kann ich den Hylia-Beräucher nicht spielen, das bringt mir nämlich gar nix Da flieg ich ihn hin Ich flieg mal zum See Okay... Finde ich wie ein besonderes letztes Element Das sieht immer noch nur ein Hund Ach, Moment, mit dem kann ich vielleicht Fragmente vereinen Oder reden Dem wollte ich ja letztes Mal Wasser geben Ne, mit dem kann ich nur Fragmente vereinen Und das ist... Ah, okay Okay, hier geht's raus Aber ich kann doch nicht schwimmen, das hat das Problem, oder? Moment einmal, vielleicht wenn ich die Stiefel benutze Nein... Ich geh quernlos unter Das heißt... Ich muss erst die 5 Stiefel finden Das heißt... Ich bin verloren Nein, bin ich nicht Achso, nee, hier war ich schon Wo gehst du denn hier hoch? Achso, nee, du kannst wieder vereinen, oder? Na ja, Idiot Brauch ich nicht Hm, die Frage ist es wirklich, wie komme ich jetzt weiter? Ich habe nur noch nicht gemerkt, wo die Fragmente kamen So, weiter geht's Die Logia walt wieder Vielleicht war ja hier das Ding Ne Hm Ah, ich glaube, wenn ich schwimmen kann, kann ich hier oben rein Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier weiter? Okay, dann gehe ich eben wieder nach Hyrule Ich habe doch wesentlich mehr Windfragmente Äh, wesentlich mehr Fragmente da Glückfragmente für eins Ist das mit dir lo- Ach, verdammt, ich habe keine leere Flasche Ich dachte, ich kann dir nur vielleicht eine Flasche kaufen Ich funktioniere jetzt, was weißt du? So, du musst bloß ein Brief vorziehen Naja, tut mich leid Ne, ne, ich will schon noch mal Na, das war alles blöd Ne, egal, okay, ich habe jetzt mal eine Vermutung Moment einmal Ah, du kannst Fragmente vereinen Rot ist Was passiert hier Hey, was ist das? Da gucke ich doch gleich mal hin Soll ich hier unten eh im Wind mal Oh, das Ding ist nützlich Das muss ich echt zugeben Was ist das? Wo bin ich jetzt? Du bist Du bist Komm her Komm her Ne, den kann ich irgendwie nicht Die will ich reden Wieder ein Glückfragment Ne, irgendwie kann ich dem noch nicht helfen Nö Schade, ich dachte wirklich, ich könnte ihm helfen Dann ist hier noch nichts Ah, Moment, da waren zwei Kisten Glücksfragment 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 Okay, sowas gibt es hier also auch, so Warpfelder Gehen wir aus dem Weg Du bist, die kann ich auch nicht vereinen Bossboote Kann ich mit dir vielleicht Glücksfragmente vereinen? Königs, was ich verändert habe, weiß nicht warum Kann ich mir nicht vorstellen Okay, mit Tieren kann man ja meistens Glücksfragmente vereinen Dann versuche ich nochmal draußen ein bisschen was zu finden Da war hier ja, okay, hier ist das Hier ist ein Minish Ich habe Angst vor Gespenstern Es sieht so trollig aus, aber ich habe trotzdem Angst nicht Hier kann man eigentlich nichts machen Moment, hier kann ich hochklettern Ah, okay, jetzt bin ich mal hier oben Ich komme hier nicht vorbei Füllen wir mal hier runter Okay, das war nicht so gut Hau ab, Mann Ist das die Katze? Ah Vereinen, gut Zum Beispiel, dass die Parts gerade nur aus so was bestehen Aber es ist halt, es muss halt auch mal sein Ach, Moment mal Ach, Momente mal Hier geht's mal raus Und zwar kann ich jetzt ja vielleicht hier Ja, bist'n du? So, das muss ich jetzt bloß wieder groß machen Ja Ähm Ja, bist'n du? Hm, es soll linken Werkzeug geben, dass die Minish können Kennen können, keine Ahnung Achso, mit dir kann ich aber auf jeden Fall vereinen Ah, hier ist eine goldene Schlange bei Hyrule Aber da werde ich jetzt hingehen, wenn ich Robine brauche Nein Ich werde nicht wieder groß Ach, Moment Ach, Moment Ne, hier komme ich nicht rüber Hm Hm Das ist ja mal blöd Jetzt komme ich hier nicht, jetzt werde ich nicht mehr groß Das ist ja doof Was sagst du? Ich hätte ja auch gerne Figuren, aber sie sind zu groß für uns Das ist ja nicht Das ist ja jetzt Jetzt ist ja grad was drüber Oder habe ich mich jetzt ja grad geirrt Wenn der Hund hier abhauen würde Ah, jetzt hat's Es ist einfach mit ihm reden Okay So einfach Ich vergesse immer wieder, dass er erst mindestens mit Tieren reden kann Ja, dann komme ich jetzt weiter hier rüber Dann komme ich nämlich hier runter und hier ist ja was offen Die Minish sehe ich natürlich nicht Okay, was ist jetzt? So ist es für die Maschinen, dann hör mir erst mal zu Ich sammle mysteriöse Muscheln Ah, dafür braucht man sie Die sind überall Wenn du mir eine Muschel bringst, bekommst du dafür eine meiner Figuren Ach, du hast mir eine mysteriöse Muschel gebracht Wenn du mir eine Muschel gibst, darfst du an der Figuren Lotterie teilnehmen Hast du Lust? Ja Wie viel habe ich denn? Eine Muschel 100% ist aber viel Ich habe eine Dubio Figur, yay Hier links können wir Ah, okay Okay Mach ich drei Muscheln Ist hier drin? Es ist Gorman Gorman Okay Okay Nee, das mache ich jetzt nicht Das mache ich vielleicht mal offscreen Dass ich einfach die Muscheln eintausche Pisser Was ist denn hier? Was ist denn hier? Hast du einen Auftrag für einen erfolgenden Handwerker wie mich? Okay Ah, okay Momente vereinen Erstmal wieder Wo kommt das hin? Ah, okay Okay, erstmal wieder klein machen Komme ich hier rüber? Ja, hier rüber komme ich Okay Wieder Fragmente vereinen Äh, wo ist denn das? Im Wald Oh, hier oben bei der Hexe Okay, was ist hier oben? Ach, da hätte ich gleich rein können Ist ja scheiße Naja Naja, das weiß ich wenigstens Mist Okay, hier komme ich auch noch nicht rein Da muss ich irgendwie hoch Also ich muss wahrscheinlich hier rein Das haben wir gleich Nein, funktioniert nicht Aber Moment einmal Hau mal ab Hau mal ab, du Hund Genau Und zwar bei Masken-Typen da Eventuell Wenn ich hier gegen die Wand renne Dann fallen Masken runter Er will sich jetzt nicht grad freuen Aber das ist mir relativ egal Aber das schauen wir erst zum nächsten Mal Also bis zum nächsten Mal Also bis zum nächsten Mal Ich bin auf der Seite